Warum wurde Wurmschwanz als einziger dunkler Zauberer in Gryffindor einsortiert? Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir darüber diskutieren, ob Peter Wurmschwanz Pettigrew der einzige Schüler war, der jemals in Gryffindor einsortiert wurde und gleichzeitig ein dunkler Zauberer wurde. Wenn du ein Fan der Harry Potter Reihe bist, kennst du wahrscheinlich Rubius Hagrids berühmte Worte. Es gibt keine einzige Hexe oder Zauberer, der böse wurde, der nicht in Slytherin war. Diese Worte, die auf den ersten 100 Seiten von Der Stein der Weisen gesprochen wurden, hatten einen enormen Einfluss darauf, wie die meisten von uns, Harry eingeschlossen, das Haus Slytherin und seine Neigung dunkler Hexen und Zauberer hervorzubringen, betrachten. Und doch hat sich die Zaubererwelt im Laufe der Saga und auch noch lange nach der Veröffentlichung von Die Heiligtümer des Todes im Jahr 2007 weiterentwickelt. Und wir haben gelernt, dass nicht alle dunklen Hexen und Zauberer nach Slytherin gegangen sind. Tatsächlich gab es einige unglaublich berühmte gute Hexen und Zauberer, wie zum Beispiel Merlin, die Schüler von Slytherin in Hogwarts waren. Und auch einige unglaublich böse, die in anderen Häusern waren. Wir erfahren zum Beispiel, dass der abscheuliche Todesser Barty Crouch Jr., der im Namen von Lord Voldemort viele Hexen und Zauberer folterte, gefangen nahm, sich für sie ausgab und sie tötete, ein Ravenclaw-Schüler war. Ebenso wie Professor Quirinus Quirrell, der auf der Suche nach Lord Voldemort ging, um seine vergangene Macht zu erlangen, nur um am Ende vom dunklen Lord besessen zu sein und seine Befehle auszuführen. Dieser war nämlich auch in Ravenclaw. Und dann ist da natürlich noch Peter Pettigrew, der ehemalige Rumtreiber und beste Kumpel von James Potter, Sirius Black und Remus Lupin und ein ehemaliger Gryffindor-Schüler. Peter, der von seinen Rumtreiber-Kollegen auch Wurmschwanz genannt wurde, war in den 1970er Jahren ein Gryffindor-Schüler und machte 1978 seinen Abschluss in Hogwarts. Da er nie so beliebt oder talentiert war wie seine Freunde, fühlte sich Peter eher unterbewertet von seiner Umgebung, was dazu führte, dass er anderswo nach Bestätigung suchte. Schließlich schwor er Lord Voldemort die Treue, um mehr Macht und Anerkennung zu erlangen und nicht zu sterben. Obwohl nicht genau bekannt ist, wann er offiziell ein Todesser wurde, wissen wir, dass dies irgendwann geschah, bevor er das Vertrauen der Potters verriet und ihren geheimen Aufenthaltsort 1981 an Voldemort weitergab, wodurch er sein Gelübde als ihr Geheimniswahrer brach. Dieser Verrat führte natürlich dazu, dass der dunkle Lord das Haus der Potters in Godric's Hollow besuchte und sowohl James als auch Lily ermordete, bevor er versuchte, Harry Potter als Säugling zu töten. Es lässt sich zwar nicht bestreiten, dass Peter Pettigrew in der Tat ein dunkler Zauberer war, denn nachdem er die Potters verraten hatte, beging er auch einen Massenmord, hängte Sirius Black seine Verbrechen an, täuschte seinen eigenen Tod vor und kehrte dann zehn Jahre später zurück, um Voldemort zu dienen. Die Frage bleibt jedoch, ist Wurmschwanz der einzige dunkle Zauberer, der jemals im Haus Gryffindor einsortiert wurde? Als ich zum ersten Mal mit dieser Frage konfrontiert wurde, war meine erste Reaktion, nein, das kann natürlich nicht stimmen, irgendeinen muss es doch geben. Es muss mindestens einen anderen Schüler geben, der nach Gryffindor einsortiert wurde und sich als dunkler Zauberer erwiesen hat. Oder etwa nicht? Nun, wie sich herausstellte, war das tatsächlich nicht der Fall. Nach allem, was ich weiß, gelesen habe und im Internet recherchiert habe, scheint Peter Pettigrew der einzige ehemalige Gryffindor-Schüler zu sein, der komplett böse wurde. Und ich meine wirklich böse, nicht wie, oh, dieses eine Mal, dieser Gryffindor hat dies oder das getan, sondern wirklich komplett auf die böse Seite. Also wirklich böse, so wie zum Beispiel, dieser Zauberer hat einen Haufen unschuldiger Menschen ohne guten Grund umgebracht. Davon abgesehen, denke ich, dass es einige knappe Fälle mit einigen Zauberern gab, die unter anderen Umständen ebenfalls böse hätten werden können. Das bemerkenswerteste Beispiel, zumindest für mich, ist Albus Dumbledore. Ich denke, dies ist eine Überlegung wert, besonders da viele Fans spekuliert haben, ob Dumbledore tatsächlich böse war oder nicht. Persönlich glaube ich nicht, dass das zutrifft, aber der Mann hatte sicherlich Fehler, weshalb ich ihn überhaupt hier auf der Liste erwähne. Doch die Vorstellung, dass er insgeheim so böse war wie Lord Voldemort oder auch ein bisschen weniger, ist einfach verrückt. Ich bin zwar der Meinung, dass Dumbledore nicht böse war, aber ich denke, dass er ein dunkler Zauberer hätte werden können, wenn bestimmte Ereignisse anders verlaufen wären als ein junger Mann. Zunächst einmal schloss Dumbledore sein Studium in Hogwarts mit dem Glauben ab, dass er ein Geschenk für die Zaubererwelt sei. Ein Zauberer, der in der Lage ist, Veränderungen herbeizuführen und wie sich herausstellt, die magische Gesellschaft zu beherrschen und die Muggel zu unterjochen. Natürlich beziehe ich mich auf Albus Dumbledores Beziehung zu Gellert Grindewald, zu dem Dumbledore in seiner Jugend eine intensive Bindung hatte und dessen Pläne die Welt zu erobern. Dumbledore schilderte die Beziehung Harry mit folgenden Worten. Ich war begabt. Ich war brillant. Ich wollte ausbrechen. Ich wollte glänzen. Ich wollte ruhen. Versteh mich nicht falsch, sagte er, und Schmerz überzog sein Gesicht, sodass er wieder alt aussah. Ich habe sie geliebt. Ich habe meine Eltern geliebt. Ich habe meinen Bruder und meine Schwester geliebt. Aber ich war egoistisch, Harry. Egoistischer als du, der du ein bemerkenswert selbstloser Mensch bist, es dir vorstellen kannst. Als meine Mutter starb und mir die Verantwortung für meine geschädigte Schwester und meinen missratenen Bruder überlassen wurde. Nachdem ich mit einem unberechenbaren Bruder konfrontiert war, kehrte ich voller Wut und Bitterkeit in mein Dorf zurück. Gefangen und vergeudet, dachte ich. Und dann kam er, natürlich. Dumbledore sah Harry wieder direkt in die Augen. Grindewald, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich seine Ideen ergriffen haben. Harry, wie sie mich entflammt haben. Muggel in die Unterwerfung gezwungen. Wir Zauberer triumphierend. Grindewald und ich, die glorreichen jungen Anführer der Revolution. So ist es nicht schwer vorstellbar, dass Dumbledore, wenn die Dinge ein wenig anders verlaufen wären, seine finsteren Pläne an der Seite Grindewalds weiterverfolgt hätte und ein ebenso dunkler Zauberer wie Gellert geworden wäre. Zum Glück für die Zaubererwelt, aber tragisch für die Familie Dumbledore, war das Ereignis, das Elbis Sinneswandel einleitete, ein Duell zwischen ihm selbst, seinem Bruder Eberforth und Gellert Grindewald, das zum Unfalltod seiner jüngeren Schwester Ariana führte. Nach diesem Ereignis schien Dumbledore sich dauerhaft verändert zu haben, denn ihr Verlust schien ihn von seinem dunklen Pfad abgebracht zu haben. Ein weiterer Schüler, der in Gryffindor einsortiert wurde und möglicherweise ein dunkler Zauberer hätte werden können, ist etwas weit hergeholt, aber ich werde den Gedanken dennoch weiterführen. Rubius Hagrid. Hagrid, der wohlmeinend, aber etwas nachlässig ein Halbriese- und Halbzauberer ist, war es, der Harry zum ersten Mal auf die Idee brachte, dass er ein Zauberer sei. Im Verlauf der Saga erleben wir, wie Hagrid immer wieder hinter Harry steht, auch wenn ihm hier und da ein, zwei Fehler unterlaufen. Natürlich ist es schwer, sich diesen riesigen Mann anders vorzustellen, als den Hagrid, den wir kennen und lieben. Dennoch ist es wichtig zu bedenken, dass er vielleicht einen anderen Weg hätte einschlagen können, wenn er nicht Albus Dumbledore gehabt hätte, der auf ihn aufpasste. Als Halbriese hätte er wahrscheinlich während seiner Schulzeit in Hogwarts mit Vorurteilen kämpfen müssen, was durch sein Interesse an gefährlichen magischen Kreaturen nicht gerade begünstigt wurde. Leider führte sein Interesse an eben genau diesen Kreaturen dazu, dass er in seinem dritten Jahr von der Schule verwiesen wurde. Im Verlauf seines dritten Jahres wurde er von Tom Riddle, dem späteren Lord Voldemort, beschuldigt, die Kammer des Schreckens wieder geöffnet zu haben. Bei seiner Vertreibung wurde entdeckt, dass er eine junge Akromantula namens Aragog versteckt hielt, eine intelligente Riesenspinne, die Hagrid wegen Tom Riddles Anschuldigung nahelegte. Im Verlauf der Saga erfahren wir auch, dass Hagrid weiterhin gefährliche magische Kreaturen sammelte, die er oft liebevoll als Haustiere bezeichnete. Wenn Hagrids Leben ein wenig anders verlaufen wäre, könnte man annehmen, dass er aufgrund seiner Abstammung zur Zierscheibe geworden wäre und den Hexen und Zauberern übel genommen hätte, weil sie ihm die Chance auf eine angemessene Ausbildung genommen haben. Und das ist schon ziemlich übel, denn genau das hätte ihn in die böse Seite getrieben. Getrieben von dieser Wut und gepaart mit seinem Interesse an gefährlichen magischen Kreaturen, hätte Hagrid sehr wohl ein dunkler Zauberer werden können, der seine Haustiere für Angriffe auf verschiedene magische Gemeinschaften einsetzt. Glücklicherweise erkannte Albus Dumbledore die Unschuld von Hagrid bezüglich der Anschuldigungen von Tom Riddle und verstand, dass Hagrid nicht zu dem ihm vorgeworfenen Verbrechen fähig war. Er gewährte Hagrid schließlich die Position des Wildhüters in Hogwarts und erlaubte ihm, auf dem Schulgelände zu leben. Im Verlauf der Saga wird deutlich, wie sehr Hagrid Dumbledore bewundert und respektiert und ihm für seine Unterstützung dankbar ist. Ein perfektes Beispiel dafür ist, als Hagrid zum ersten Mal kam, um Harry von den Dursleys im Jahr 1991 abzuholen. Hagrid sagte, er wird zur Abwechslung unter seinesgleichen sein und er wird unter dem besten Schulleiter, den Hogwarts je hatte, Albus Dumbledore. Ich bezahle nicht dafür, dass irgendein alter Schwachkopf ihm Zaubertricks beibringt, brüllte Onkel Vernon. Doch damit hat er endgültig die Grenze überschritten. Und das zeigt, dass Hagrid wirklich großen Respekt für Albus Dumbledore hegt. Und das zeigt auch, dass er ein guter Mensch und ein guter Zauberer ist. Und das war's mit dem heutigen Video. Habe ich etwas übersehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.